Wenn nicht sogar 5 Geld, aber wahrscheinlich kostet das jetzt irgendwie wieder so 20, 30 Tacken oder so und dann, äh, müssen wir einfach mal gucken. 20, 30 Geld, ja. I have no money and three kids. Why can't I have three money and no kids? Es sollten einfach mehr schlechte Spiele kommen, dann ist der Drang, alles zu spielen, nicht so stark, ja. Naja, dann werden die einfach alle mit den Smash Tuesday gepackt. Ja, aber der ist ja noch einmal die Woche, das ist ja ganz okay, dann komme ich ja noch ganz gut hinterher. Ähm, ich wollte aber tatsächlich mal ein bisschen Braid Anniversary reinsehen, auch wenn, äh, John Blow, äh, mir am Arsch vorbeigeht. Aber leider macht der Mann immer noch gute Puzzlespiele. Braid. Braid. Das ist mit Deutsch den Namen. Braid. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war so der, der initiale, große Puzzle-Plattformer. Du hattest auch ein paar Sachen, die dann vorher rausgekommen sind, aber das war wirklich so der, der erste, der richtig dann in Anführungszeichen halt Mainstream gegangen ist, weißt du? Und das ist dann hier, ich muss beide treffen und jetzt kann ich die Zeit zurückspulen. Und am Anfang sind es dann eben nur diese leichten Timing-Challenges und nachher kommen dann noch Prozepten dazu, wie du kannst dann nur bestimmte so Items, die von der Rückspulfunktion nicht betroffen sind, beispielsweise. Na ja, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Schlüssel aufsammle, wenn ich jetzt die Zeit zurückspule, dann geht der Schlüssel mit mir mit. Und wenn ich dann eben zurückgehe, dann lasse ich den auch da liegen. Und dann gibt es halt später Items, die haben dann so ein grünes Coating, glaube ich, und die sind dann vom Zurückspulen nicht betroffen. Ich nehme auch mal an, dass hier immer noch diese Zwei-Stunden-Sache da drin, weil du hast dann so optional Sterne, die du finden kannst, die halt so super Secret-Sachen versteckt sind. Und für eines davon musst du, ich weiß gar nicht, ob das sogar hier der Level ist, dass du am Ende dann so eine Wolke hast. Ich glaube da, genau. Und diese Wolke, da oben, die bewegt sich ganz langsam. Wenn ich jetzt hier einfach stehen bleibe, ein bisschen, und dann so guckst, wo der Rand ist, die bewegt sich ganz langsam. Das sind, glaube ich, zwei Stunden. Ich glaube, es sind zwei Stunden oder so, die das braucht, dass das von hier von rechts nach komplett links geht. Und das brauchst du, um eben eines von den, ähm, was war das, glaube ich? Du konntest sie dann als, zum, als Platforming benutzen, wenn das hier, glaube ich, bitte. Noch mal ein bisschen, muss die Sprunghöhe von, von dem Hauptcharakter ein bisschen besser mit einbeziehen. Oder? Ne, oder es gab, es gab, oder du konntest daraus einen, weil ich meine, es wäre auf jeden Fall so gewesen, dass du das, äh, mit, mit, äh, benutzen konntest, um irgendwas da drin zu, zu drehen oder so, dass es dann als eine, Plattforming-Element genutzt werden konnte. Aber ja, das ist wahrscheinlich hier irgendwie, ne? Ja. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Man nennt mich auch Ravensburger, äh, Ravensburger, Björn. Aber du kannst ja auch dann, dann immer zurückkommen für die, für die verschiedenen Rätsel, falls du auf irgendeinem, ein Puzzleteil dann jetzt gerade nicht, äh, nicht kriegen kannst oder so. Weil ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob da hier irgendwas... Weil manchmal sind das auch Sachen, dass dann, dass du komplett zurückspulen musst, bis an den Anfang. Ja, du hast das richtige Puzzle-Piece noch nicht, genau, das war's, glaube ich. Das war, glaube ich, auch das, wo du, na, du gehst am Anfang so durch. Das fand ich immer ganz geil. Plus auch oben, dass die ganzen, dass es oben immer ein einzelnes Gesicht, dass es nicht einfach nur kopiert, diese Icons. Das ist wirklich ein einzelnes Gesicht jedes Mal. Also, du gehst dann hier ganz normal durch. Und dann bist du so, aah, aber da komm ich jetzt nicht drüber. Oh no, what will I do? Und dann kannst du halt zurückspulen und den unten dann da drin lassen. Ich weiß nicht mehr, ob es noch eine... Ah ja, genau, du kannst dann hier... Auch dann, dann 4X, 8X und sowas machen. Den lässt du dann einfach am Leben. Oh. Wenn du drauf gehst, kannst du... Ich meine, das macht es auch ganz einfach, dass du halt dann wirklich nicht so richtig drauf gehen kannst in dem Spiel. Weil du halt jederzeit zurückspulen kannst. Und das Platforming ist, also es fühlt sich tatsächlich auch als ein so reiner, reiner Plattformer zumindest ziemlich gut an. Du hast so eine leichte Physikalität, aber kannst dich auch immer noch ganz gut im... Ist das das Ding gewesen? Oder brauchte ich davon jetzt noch einen mehr? Oder brauchte ich zumindest, dass ich auf beiden anderen stehen kann? Lass einfach mal kurz gucken. Und du konntest das dann halt auch. Nein! Verdammt! Aber zum Glück... Kann ich einfach zurückspulen! Crazy! Ja, ich muss noch nah genug dran sein, dass es... Verdammt! Nein! Oh, jetzt! Verdammt! Jetzt! Ich glaube, jetzt, wo ich von rechts reingekommen bin, dann siehst du, dass die Wolke hier oben ein bisschen weiter rechts ist, als sie das vorher war. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie kamst du... Wie kamst du da oben dran? Kannst du mal kurz hier unten bleiben? Weil der... Weil ich meine, du musstest das Ding da irgendwie her locken. Irgendwas so? Äh... Bin ich mal gar... Weil ich meine, du brauchst es... Du musst ja irgendwie auf einen dran springen, dann war es irgendwie anders. Du musst die ganze Zeit an die Szene aus Indie Game & Movie denken, ich glaube, ich weiß schon welche, oder? Ja, mit Soldier Boy, das ist so geil. Das ist so... Das ist so ein legendärer... Legendärer Shot, wo sich dann Soldier Boy über dieses Spiel lustig macht. Und dann so ein Jonathan Blow-Eye hat's. Die Leute verstehen einfach nicht dieses Spiel und was ich damit aussagen wollte. Und dann ist Soldier Boy im Hintergrund einfach mit seinem... Äh... Ich bin mal gespannt, weil es soll ja tatsächlich neue Rätsel geben. Also so wie es gesagt wurde, scheinen es nicht nur die, die alten Welten zu geben. Nicht nur die... Nein, verdammt. Äh... Ich vergesse mal, dass du nicht abspringen kannst. Du kannst dich nur abfallen lassen. Na ja, das ist neben dem ganzen Remastered-Spiel, wo ich sagen muss, mir gefällt der Stil auch tatsächlich besser, was wir gemacht haben. Also ich habe das nochmal im Vergleich angesehen. Weil das ist wirklich so ein Case... So normalerweise halte ich das immer für Mumpets. Aber dieses... Oh, das sieht genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ich will nicht sagen, das ist so, wie ich Raid in Erinnerung hatte. Aber mir würde es jetzt erstmal nicht auffallen. Weil wenn ich das Spiel so sehe, und dann so, ah ja, das ist wahrscheinlich einfach nur weiter hochskaliert. Das ist genau das, wie das früher auf der 360 war. Aber es ist tatsächlich sehr stark verändert, wenn du dir das in einem direkten Vergleich ansiehst. Was ich aber ein gutes Zeichen finde. Damals war das auch noch nicht so ausgelutscht, ja. Ja, ja, dieses... Das ist so geil, dieses Video. Die neuen Rälzen sind imioh auch sehr unterwältigend. Aber ich wusste... Ich wusste auch nicht direkt, wie man sie besser hätte unterbringen können. Hast du schon direkt durchgeballert gestern, oder? Also, no front, ne? Einfach nur wirklich die Frage. Weil das ist ja, glaube ich, gestern rausgekommen. Na, hier, dass ich dann die Dinger da mitnehmen lassen. Ja, 100% ist da. Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht so lange, ne? Also das Original... Ich weiß nicht, wie lange war Braid damals? Ich glaube, ich habe das damals auch in einer Session, meine ich, durchgemacht. Ich meine, ich habe das auch einfach abends dann oder nach der... Ich glaube, ich bin von der... Ne, was war das? 2008 war das. Ich glaube, einfach nach der Schule oder so nach Hause gekommen. Und dann, glaube ich, in einer Session irgendwie durch. Ja, da muss ich ein bisschen... Ein bisschen spacen, dann geht das. Ich glaube, ich könnte jetzt schon springen, aber... Ich mag auch, dass du immer siehst, oben links, wie viele Puzzle Pieces du in einem Level hast. Dass du dir auch keine Sorgen machen musst, ne? Es gibt zwar die Super Secrets, aber... War das nur der... Ich weiß nicht, kommt da noch einer raus oder war das nur der eine hier? Das ist nur die eine Sache, die mir gerade auffällt. So, ich wünschte, es wäre... Ich glaube, da kommt noch ein anderer nach. Oder? Nee? Muss ich da schnell genug drauf? Ach so, die... Ja, ja, stimmt. Das ist ja... Das wird ja... Das wird ja davon nicht beeinflusst, das war's. Ich dumm lach. Jetzt kann er das für mich holen. Danke. Ich hoffe nicht, dass Jonathan Glow mit seinen Mitarbeitern so umgeht. Aber da waren auch alle diese... Ich habe ja diesen Jonathan Glow Fan Account abonniert auf YouTube. Der dann immer so ein paar Takes rausschneidet aus seinen ellenlangen Streams. Und da ist so der weirdeste Shit dabei einfach. Wo es auch so das eine Ding gab mit... Ja, nee, guys, resolve global warming. So, das ist... Wir haben es einfach. Passt schon. Wie war das? Dass ich dann hier... Ah, nee, du musst das, glaube ich... Warte mal... Andersrum dann kommen, ne? Und wenn ich von hier komme... Und mich dann hier kurz hinstelle... Und dann kann ich rangehen, das aktivieren und mich dann einfach wieder zurückrufen lassen. Ich glaube, dass ich das warten hätte ich nicht machen müssen. Tada! Ah, ich bin ja... Ich bin Puzzle-Meister. Von der Witness ehrlich gesagt zehnmal so gut wie Braid, aber auch schwer vergleichbar bei der Typ-Sache, ja. Ich meine, ich finde Witness auch das wesentlich bessere Spiel. Aber es ist natürlich auch das wesentlich größere, komplexere Spiel. Ich glaube, den musstest du da durchgehen lassen, ne? Aber keine Ahnung, wie das Max benutzt, wenn man das nicht sehen kann. Ah, hier, komm da, komm weiter raus. Okay, 1,2. Nein, komm zurück! Kann ich das so timen? Oh! Nein! Nein! Ja, das ist ein bisschen schwieriger, das dann zu teilen. Ich wollte eigentlich nochmal gucken, genauer Commentary gibt es hier auch. Was haben wir hier? Save, Load. Go to Commentary. Welcome to Commentary World. There's a large amount of developer commentary in this edition of the game. This world helps organize the commentary by topic. You may also find a few surprises. Warning! If you have not played and finished Braid, turn back. This commentary will spoil the game and lack of game experience will make the commentary unrelatable. Please finish the game before proceeding. Ich meine, ich hab's... Warnung jetzt, also ich werd jetzt nicht irgendwie... Ich hab's ja durchgespielt vor Ewigkeiten mehrfach, also... Activate to show things. Genau, die hatten dann die eigenen dafür, für jeweilige. This is an example of developer commentary. We want to give you as much freedom as possible, so you can noodle around and play the game while commentary is active. You can enable and disable subtitles in the commentary menu or using this switch up here. Oh, nice. You can stop commentary at any time by reactivating this commentary node or through the menu. From time to time, we show recordings of gameplay in order to illustrate the conversation. By default, these appear up in the corner of the screen, but if you desire, you can toggle them to full screen to see things better. When you do that, the game is paused. You can shrink the recording again to resume your own gameplay. We just did this automatically, but we'll let this recording go on for a while, so you can try maximizing and minimizing for yourself. Often, there will be illustrations which are treated the same way. You can maximize them for best visibility or minimize them if you just want to play the game. When a commentary is done, and you go on to the next one, the new illustrations appear in whichever mode you left the last commentary, maximized or minimized. I find it cool that it is also made in the game by such a switch. You'll find doors that lead outward to commentary in the main game. Try this one. No. We've touched up the graphics and sound for this edition of Braid, but if you want to play with the original graphics and sound, you can switch at any time. These are the old graphics. And these are the new graphics. The commentary world is all new, so there are no old graphics to switch to when you're back there. It only works here in the main game. Oh, crazy. Du hast jetzt eine richtige umdrehanimation. Vorher war es einfach nur, das ist so ein bisschen, okay ich brauche kurz Momentum um wieder los zu laufen. Und jetzt ist das halt viel besser conveyed durch diese Animation. dadurch fühlt sich auch besser an obwohl die physik darunter ist exakt die gleiche dadurch dass du diese animation hast hast du nicht das gefühl dass du stehen bleibst auf der stelle kurz ein bisschen hocks das ist sehr cool ja hier soll im original sieht ziemlich cool aus ja du hast mehr parallel scrolling mehr tiefgang im hintergrund was hier noch eine beste du hast hier einfach eine viel bessere statierung jetzt plus dann auch wirklich eine schattierung auf auf tim also ich muss ich muss wirklich ich finde es cool ich finde es mega geil dass die originale version mit enthalten ist das ist das ist immer immer ein pluspunkt auch hier auf den plattformen klar das ist eben auch noch die alte auflösung nehmen an dass das spiel ursprünglich wahrscheinlich 27p designt wurde das ist schon das ist schon ganz geil okay hier ist auch irgendwas in der mitte dann ich meine ich hab das hier auf dem controller nicht dass ich das irgendwie durchführen Das ist cool. Okay, gehen wir mal Design. Chris Moore. Ist das nach... Ist das dann nach den Leuten aufgeteilt, die daran gearbeitet haben? Das heißt, wenn ich auf Art gehe, auf Visuals, das heißt, ich habe da einen Punkt für... Hier, wie heißt er? 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 Meat Boy Man. Gott. Warum fällt mir der scheiß Name nicht ein? Ich hasse es. Ich bin so... Äh... Ed... 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 Edm... Irgendwas mit Millen. Edmund McMillen. Das war es. Genau. Nee. Tommy halt macht ja kein Art. Aber Edmund McMillen hat das, ähm... Hat an Braid gearbeitet, deswegen. Weiß ich nicht, ob er hierfür dann auch... Ist das dann auf eingeteilt, oder... Techniques for... For engineering braids style. New brushstroke effects. Okay, das heißt, das ist dann aber nicht in die... In die Leute eingeteilt, oder wie... Die daran gearbeitet haben. Okay, das ist in die einzelnen Bereiche, die dann unterteilt, okay. Das ist ja... These are excerpts from an interview of Braid's primary visual artist, David Hellman, conducted by Frank Cifaldi of the Videogame History Foundation. Okay. Jetzt müssen wir nochmal kurz bei... Bei Design rein. It's April 2022, and I am here in Santa Fe, New Mexico, with Dr. Chris Moore of the Santa Fe Institute. How would you like people to know you? Hair doctor professor, of course. I think it's hair professor doctor, actually. You do have hair. I do have hair. So, we've made some experiments and talked for a while about what's the best way to konkretly convey useful information and thoughts about the game. And it seems to work very well to play through the game. Ist jetzt einfach ein Podcast, den ich nebenbei hören kann? What? Das heißt, das ist jetzt einfach... Das heißt, ich gehe in die Tür rein, und dann kriege ich von der... Monologues, my door. So, you want to design a video game. You're sitting down with a blank screen on your computer and just a vague idea. You want to make a platformer game with puzzles about rewinding time. In order to make anything, you need answers to some fundamental questions. It's a platformer. Who's the character? Human, or some kind of animal mascot? How big is he? How fast does he move? What's the scale of the world? How big are levels horizontally and vertically? How much can you see on the screen at once? You can change your answers later. But before you can start building levels, you need an initial guess. And this initial guess is important. Because it determines how development is going to go. If you guess too wrong, you might never see the ideas that lead to the best version of your game. because the territory you're exploring is too far from those ideas. Okay, anyway, we're making Braid. It's a puzzle-platformer starring a human guy. That's actually ganz cool, yeah. And we want moving and jumping. I think... ... ... So, so ich gehe es dann wirklich immer so eine Ebene zurück. Und das heißt, wenn ich jetzt aber, dadurch, das ist jetzt ist jetzt Commentary on. Das heißt, wenn ich jetzt hier so reingehe, ist es dann auch... Hier wird mir, glaube ich, noch angezeigt, wie viele Schlüssel ich habe, wie viele Dinger ich habe. Hier sehe ich jetzt aber gerade kein Ei. Also das heißt, du musst immer durch die... Das heißt, du musst dann aber durch die Commentary World gehen, oder wie? Hier war ja am Anfang eins. Das heißt, du musst das dann, also du kannst es nicht irgendwie... Ich meine, du kannst es dann weiterspielen, wenn du es da startest, theoretisch wahrscheinlich irgendwie, oder... Oder weil dann die Topics so gelayert sind, dass du halt in jedem Bereich unterschiedliche Dinger hast, ist es, glaube ich, dann so besser, dass das auf die Art und Weise gelöst hat... Ja, ich muss mich da einfach mal in Ruhe, glaube ich, ein bisschen durchspielen. Aber ich finde das... Was sind denn dieses Mal die Erfolge? Traverse to the end of World 2, World 3... Okay, der ist neu. Der Rest, das heißt, das sind die alten... Das sind die alten 12 Erfolge, die es vorher gab. Das Speedrun-Ding ist das eine, was ich nie geholt habe im originalen Spiel. Das ist, ich habe Braid nie komplettiert, weil mir immer dieses... Dieser Speedrun-Erfolg gefehlt hat. Das sind, glaube ich, irgendwie so 60... Sind das so 60 Minuten oder so gewesen, die du, glaube ich, hattest dafür? Aber ich dachte eigentlich, dass dann... Traverse World 2 zumindest hätte freischalten sollen, aber ja, egal. Nee, als mit Braid kommen wir wohl nicht mehr mit Speckups und Zöpfen an, ja. 45, hört sich aber... Ja, du musst halt die... Du musst halt... Das Problem ist, dass ich das nicht gemacht habe, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Das war das Problem. Ich habe dann zu lange damit gewartet, dass dann gerade im Endgame wohl die Puzzle ja auch wesentlich komplexer sind. Das heißt, du musst dann nochmal alles durchspielen und die auch so ein bisschen Bescheid wissen und dann kannst du nochmal... Das ist eigentlich das Beste, was du machst, dass du das Spiel in einem Rutsch durchspielst und dann sofort in diesen Speedrun-Modus reingehst. Dass einfach alles frisch noch drin ist, ja. Ja, du kannst auch die... Ja, ich meine, klar, du kannst dann Pause drücken und dir notfalls noch einen Run ansehen oder so, aber ich finde das dann immer interessanter, das auch selber als eigene Challenge eben zu sehen. Naja, gut.